So, hier sind wir in Brücke, direkt mitten im Stadtzentrum. Was ich empfehlen würde, wäre eine Kutschfahrt, einmal quer durch den Park oder eine Grachtenfahrt, seht ihr da hinten. Die geht eine halbe Stunde und die kann man auch schön durch ganz Brücke machen, so wie in Amstertal. Und die Frau Kutscherin, die führt das Regiment. Und die Gäste lachen nicht.